Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von CanFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Holger Strom. Guten Tag, Herr Strom. Guten Tag. Herr Strom, Sie sind bis heute so etwas wie der Atompapst. Sie kennen sich aus in Fragen der Kernspaltung, Atomwaffen, die Pläde, die Uranium. Alles, was mit Kernkraft zu tun hat, da sind Sie jemand, den man fragen kann, denn Sie beschäftigen sich mit diesem Thema seit 1971 sehr intensiv. Bevor wir darüber reden und den Status quo, zum Beispiel auch von Fukushima, was ist der Stand der Dinge der Atomlobby, sprechen wir vor allem auch über Ihr Buch Friedlich in die Katastrophe, was jetzt als DVD erschienen ist, auch unser Aufhänger natürlich. Aber was ich von Ihnen erstmal wissen möchte ist, Sie sind ja in Lübeck geboren und Sie sind auch Lehrer, Sie haben auf Lehramt studiert, Sie sind Industrieberater gewesen. Was hat Sie denn eigentlich dazu gebracht, sich um die Atomlobby zu bemühen oder im Gegenteil die Atomlobby so zu bekämpfen? Wie fing Ihr Werdegang an? Ja, ich war eigentlich Laie. Natürlich, ich habe Fertigungstechnik studiert, also ich weiß schon, wie man Atomkraftwerke bauen muss, sozusagen. Aber über die Problematik hatte ich, Herr Decke zu der Zeit hatte gar keine Ahnung. Das war eigentlich eher ein Bauchgefühl, die paar Bürgerinitiativen, die damals existierten. Und ich bin dann angefangen, mich dafür zu interessieren und bin in die medizinischen Bibliotheken gegangen und habe mich dann schlau gemacht. Das hat ja mit Ihrer damaligen Frau zu tun. Ja, Ex-Frau, eine Schwedin. Ich habe vorher in Schweden gewohnt und wir sind dann nach Kanada gegangen. Und sie hatte mir dann ein Umweltschutzbuch geschrieben. Amerika war eben weiter. Und als ich das gelesen habe, war ich eigentlich ziemlich entsetzt und habe gedacht, wenn die Menschen das wissen würden, dann würden sie vielleicht sowas nicht mehr machen. Und da habe ich mich natürlich getäuscht. Aber dann bin ich angefangen, meine ersten Bücher zu schreiben. Und als ich dann gemerkt habe, wie gefährlich die Atomenergie ist und wie viel auf diesem Gebiet gelogen wird, habe ich mich dann detailliert informiert. 1971 kam ein Buch raus, was bis heute top aktuell ist. Fukushima hat damals ja noch nicht stattgefunden, auch Tschernobyl nicht. Aber andere Atomkatastrophen waren ja schon passiert, nicht in dem Ausmaß. Oder es war nicht bekannt, in welchem Ausmaß das damals stattfand. Dieses Buch heißt Friedliche Katastrophe und sie haben es damals nicht geschafft, einen Verlag dafür zu finden. Haben später im Eigenverlag ja veröffentlicht, über 80 Verlage haben abgelehnt. Jetzt eine DVD, die genauso heißt, als DVD erschien, mit sehr vielen interessanten Gesprächspattern, die wir auch bei KNFM schon kennen. Zum Beispiel Professor Lengfelder oder Frieda Wagner ist dabei. Aber auch da ist es ihnen nicht gelungen, einen Verleih für diesen Film zu finden. Eine 156-minütige, wirklich top-Doku, der in die Kinos kommen müsste. Auch das ist ihnen nicht gelungen. Hat sich denn in diesem Land irgendetwas verändert vom politischen Klima her, dass man Andersdenkenden wenigstens die Möglichkeit gibt, ihre Gedanken zu äußern? Das ist das Gleiche geblieben. Früher wurde man wirklich brutal verfolgt als Atomgegner. Heute wird man geschickter verfolgt. Also zumindest, wenn man genügend über das Thema weiß und gefährlich werden kann. Es ist ja eine erschreckende Unkenntnis mittlerweile. Also früher waren wir wenige, aber hoch informiert. Alle sehr solidarisch. Und heute ist das Gegenteil. Heute ist man unsolidarisch und hat fast gar keine Ahnung mehr. Obwohl ja das, was von Atomenergie ausgeht, weiter besteht. Ja, natürlich ist es immer schlimmer geworden, weil die Atomkraftwerke werden immer mehr. Und umso länger sie in Betrieb gehen, umso mehr Strahlenschäden treten auf. Das heißt, die Unfallgefahr wächst. Wir werden uns sehr intensiv über alle unterschiedlichen Seiten, die mit Atomenergie zu tun haben, unterhalten. Also über die Kerntechnik natürlich, über die Kernwaffe als Basis natürlich. Dann über die angeblich friedliche Energie und auch harmlose Energie. Und natürlich dann auch über die Munition, die es noch gibt, die Pliedet Uranium. Aber ich möchte mal zurückkommen. Sie sind Industrieberater. Das wird immer gerne vergessen. Das heißt, Sie waren mal auf der anderen Seite. So wie ein Daniel Ellsberg mal für die CIA gearbeitet hat, bevor er Pazifist und Friedensaktivist wurde. Wann kam bei Ihnen denn der Sinneswandel? Hatte das nur mit dieser Frau zu tun? Und würden Sie sagen, dass Sie davor naiv waren? Ja. Hätten Sie Atomkraftwerke mitgebaut? Wahrscheinlich, weil ich nicht gewusst habe, wie gefährlich sie sind. Und naiv, ich bin immer noch naiv. Sondern wenn man nicht naiv ist, kann man das nicht machen, was ich mache. Ich glaube ja wirklich daran, dass Sie etwas zum Guten wenden können. Aber mein Geist, mein Intellekt sagt mir natürlich, das ist völlig hoffnungslos. Der Mensch will sich ausrotten. Da bringt ihn keiner von ab. Auf der anderen Seite sage ich mir, da gibt es keine Alternative dazu. Es ist ja die Zerstörung oder das Leben. Dazwischen können wir wählen. Und die meisten Menschen wollen all diese Dinge nicht wissen, weil sie belasten. Die wollen das verdrängen. Sie verdrängen eigentlich alles. Wir sehen es nach Fukushima. Das ist ja mal knapp zweieinhalb Jahre her. Ja, das interessiert keinen mehr. In den Medien wird nichts mehr darüber berichtet, obwohl das dort immer schlimmer wird. Das ist ja noch lange nicht vorbei. Aber wir wollen es nicht wissen. Und meine Aktivitäten waren eigentlich verzweifelte Versuche, den Menschen zur Vernunft zu bringen. Und ich muss sagen, ja gut, ein bisschen habe ich was erreicht, aber nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Naja, aber Deutschland ist ja aus der Atomenergie ausgestiegen, jedenfalls offiziell. Da haben sie doch eine ganze Menge erreicht. Ja, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass das noch alles wieder zurückgedreht wird. Übrigens eine Strategie, die schon 2008, 2009 von der Atomlobby aufgestellt wurde, dass man die Energie so teuer machen wird, dass man die Kernenergie als einzige billige Alternative nachher präsentieren kann. Also Sie glauben an einen Ausstieg oder einen Ausstieg, also einen Wiedereinstieg. Völlig richtig. Das ist schon längst aufgestellt worden, diese Strategien, und die verfolgt man. Und wir sehen es ja, das kam übrigens von der Atomlobby, und wir sehen, dass die Politik das umsetzt. Sind Sie zu pessimistisch? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nach Fukushima irgendjemand in Deutschland noch möchte, dass ein neues Atomkraftwerk ans Netz geht oder alte länger laufen als verabredet. Das sind vielleicht ein Drittel der Leute, denen das wohl gleichgültig wäre oder die das in Kauf nehmen würden. Aber wir haben ja nichts zu sagen. Es ist die Lobby und die Politik, die entscheidet. Das heißt, man würde über unsere Köpfe hinweg sagen, dann muss es doch, also wir verlängern dann auch wieder. Ja, außerdem, die Elektrizitätsunternehmen, die Atomkraftwerke betreiben, die wollen ja klagen. Einmal in New York, nicht? Und dann vom Bundesverfassungsgericht. Sie wollen, zumindestens, wenn ihre Atomkraftwerke abgestellt werden, wollen sie zwei- oder dreistellige Milliardenzahlungen an Wiedergutmachung. Das ist alles noch lange nicht entschieden, was da passiert. Merkel, gut, die war ja immer Atombefürworterin, die ist ausgestiegen, weil sie damals die Wahl gewinnen wollte. Darum ging es. Also reine Opportunistin. Ja, das war sie ja schon immer. Ich meine, sie war ja mal hundertprozentige Sozialistin und Propagandasekretärin der FDJ. Und danach war sie dann eine gute Kapitalistin, wie ja viele aus der DDR, die jetzt an der Macht sind. Ihre DVD, Friedrich in der Katastrophe, eine Stunde, 56 Minuten, die ist Ihnen wirklich sehr gut gelungen. Das sage ich jetzt mal als jemand, der sich auf diesem Gebiet auskennt. Weil das Thema ist schwierig, wenn man sich Ihr Buch anguckt. Ich weiß nicht, wie dick ist die Ausgabe Friedrich in der Katastrophe? Ich glaube, über 1000 Seiten stark. Das liest man nicht eben so durch. Und ich finde, dass die DVD eben, die kann man konsumieren, die muss man immer wieder anhalten, weil das harter Tobak ist. Aber sie ist doch deutlich einfacher zu sich zu nehmen als dieses Buch. Also von daher war das der richtige Schritt. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, das Buch ist von 71. Bisher, da hat sich nicht so viel getan, was die Atomenergie angeht, sondern es wurden mehr Kernkraftwerke gebaut. Es gab zwei große Katastrophen. Trotzdem boomt die Atomkraft weltweit. Wie schwer war das und wie lange haben Sie daran gearbeitet, so ein dickes Buch in so eine DVD zu pressen? Wie sind Sie da vorgegangen? War das Ihre Idee? Wie wollten Sie es machen? Also, mein ältester Sohn hat Kamera studiert und das sind praktisch seine Kollegen. Ich muss dazu noch korrigieren, den Film habe ich nicht gemacht, ich habe ihn bezahlt. Sie haben ihn produziert? Ja. Und gemacht wurde er von einem polnischen Regisseur, Marcin L., der mit einem jungen Team, die sind also alle Absolventen der Medienakademie, die hatten vorher ein Buch von mir gelesen, Gaia weint. Und das hat sie schwerst beeindruckt, sodass sie sich an friedlich in die Katastrophe gemacht haben. Und dann haben sie mir danach gesagt, ja, das Buch ist toll, aber wer kann heute sowas noch lesen? 1300 Seiten? Kann keiner mehr. Wir müssen das völlig neu machen. Es ist heute eine neue Generation, die sind alle visuell fixiert, die stehen nur noch auf Bildern. Also, wir müssen sie anders erreichen. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Ich habe schon lange vorgehabt, mal mit den alten Atomgegnern einen Film zu machen, bevor sie alle sterben und das ganze Wissen abhanden kommt. Und da haben die gesagt, ja, wir würden gerne. Zahlst du? Ich habe gesagt, ja, ich zahle. Ja, und so ist das entstanden. Und dann haben die in jahrelanger Arbeit unentgeltlich, also fast alle, haben an dem Film unentgeltlich gearbeitet. Also auch die Sprecherinnen und so weiter. Wofür ich sehr dankbar bin und auch die jungen Leute, die haben, wie gesagt, jahrelang daran gearbeitet. Der Marcin, der Regisseur, der stand also kurz vor der Obdachlosigkeit, weil er kein Geld mehr hatte. Jahrelang musste er seine Miete weiter bezahlen. Und diese haben das durchgestanden. Ja, alle Achtung, sage ich dazu. Man merkt im Film natürlich trotzdem an, dass Sie quasi der rote Faden sind, dass Sie als Mastermind im Hintergrund wirken. Sie kommen ja im Film selbst auch vor, Sie werden auch interviewt. Nicht so viel, aber sind Sie denn mit dem Endergebnis zufrieden oder sagen Sie, naja, ein Buch ist doch was anderes? Gut, es ergänzt sich beides. Aber wir müssen ja versuchen, die Menschen zu erreichen. Und das ist heute mit so einem dicken Buch nicht mehr möglich. Heute sind die Leute schon überfordert, wenn das 200 Seiten sind. Es sei denn, es ist Unterhaltungsliteratur. Oder es wird von den Medien gepusht. Aber wenn es gepusht wird, dann ist es was Unwichtiges. Dann ist es Ablenkung von den wirklichen Problemen. Dieser Film hat es nicht in die Kinos geschafft. Die einzige Gazette, die sich darüber echauffiert hat, das war Jakob Augstadt in der Freitag, der gesagt hat, das wäre auch eine Schande für eine demokratische Gesellschaft, dass so ein Film es nicht in die Kinos schafft. In gar keinem Kino, auch in Europa nicht? Doch, doch. Wir haben den in Oslo gezeigt und wir waren auf dem Festival in Rio, Uranium Festival, haben ja auch einen Preis gewonnen. Aber läuft der irgendwo im Ausland offiziell in einem Kino? Ja, noch nicht. Das muss dann ja auch alles synchronisiert werden. Wir haben zwar schon eine Reihe Übersetzungen, aber ich habe immer noch 40.000 Euro Schulden. und so eine Synchronisierung, wenn sie professionell gemacht wird, kostet rund 10.000 Euro. Ich muss also erstmal das Finanzamt ruhig stellen, weil die schätzen das gar nicht, so meine Aktivitäten, der Staat ja insgesamt nicht. Man versucht mich ja auszubremsen, wo immer man nur kann. Sie haben eine englische Version auch herstellen lassen. Sie arbeiten, was ich sehr interessant finde, im Moment an einer japanischen Version. Das ist natürlich ganz interessant für Japan. Und da sind wir auch schon direkt in der Gegenwart. Können Sie uns vielleicht mal so den Status Quo der Atomwirtschaft, nenne ich das jetzt mal, nennen? Denn wir haben ja Atomwaffen, wir haben friedliche Kernenergie, also Atomkraftwerke, Reaktoren und wir haben ja auch jede Menge Reaktoren unter Wasser, die Schiffe betreiben. Was sind denn da so die Zahlen? Na ja, ich nehme an, es geht so um die 20.000 Atomraketen noch, zum Teil mit mehr Versprengköpfen. Die hatten mal deutlich mehr. Ja, ja, ja. Man ist ja schon ein bisschen zur Vernunft gekommen. Aber ich meine, ob man nun die Welt 100 Mal vernichten kann oder 20 Mal, einmal reicht ja. Da musst du diesen Sprengköpfen auch sagen, so ein Sprengkopf hat heute gerne das tausendfache an Explosionsleistung von Hiroshima. Ja, das ist ja Wahnsinn. Aber davon haben wir noch, glaube ich, 22.000 im Schrank. Also das sind die klassischen Gefechtsköpfe, die taktischen Waffen. Wie viele Reaktoren werden im Moment weltweit betrieben? Ungefähr 500. Ja? Und ja. Wo stehen die meisten? Ja, Frankreich, Amerika. Aber China holt jetzt auf. Leider, muss ich dazu sagen. Ich hatte von den Chinesen mehr erwartet. Die Japaner waren ja auch ganz große Atomfans. Die sind ja ein bisschen zur Vernunft gekommen, aber noch nicht richtig. Die wollen ja auch weitermachen. Offensichtlich ist da gar kein Lerneffekt in der Politik. Die lernen nicht dazu. Wir sehen es ja durch die ganze Geschichte. Kriegemord und Totschlag immer wieder. Die Gier, Rauben und so weiter. Ja. Irgendwie lernt der Mensch nicht dazu. Ich habe auch manchmal das Gefühl, er wird immer dümmer, obwohl er meint, dass er immer klüger wird. Es gibt ja auch Untersuchungen, wonach Menschen, die unter Radioaktivität zu leiden haben, immer aggressiver und immer dümmer werden. Also von daher wird es sich treffen. Das sind also die Reaktoren, die wir weltweit haben. 500 Stück, Tendenz steigend. Und dann gibt es ja noch Reaktoren, die Schiffe zum Beispiel antreiben, U-Boote. Flugzeugträger, U-Boote, Eisbrecher. Ja, das werden ein paar hundert sein. Das ist natürlich auch militärisches Geheimnis. Wie viele Unterseeboote es gibt. Aber weltweit wohl bestimmt so um die hundert Stück. Das alles hat ja miteinander zu tun. Das eine geht ja unter das andere nicht. Können Sie das mal auftröseln? Die friedliche Kernenergienutzung war ja nicht zuerst da. Zuerst hatten wir die militärische Nutzung. Dann kam die friedliche Nutzung und jetzt haben wir noch mit depleted Uranium wieder, dass die Abfallprodukte genutzt werden. Warum kann eines nicht ohne das andere existieren? Das haben viele Menschen überhaupt nicht verstanden. Um Atombomben zu bauen, also die gewöhnliche, braucht man ungefähr 6 Kilogramm Plutonium oder hoch angereichertes Uran. Uran gibt es in zwei Isotopen, 238 und 235. Das eine lässt sich spalten, das ist aber nur 0,3 Prozent in der Natur vorhanden. Deswegen muss man das von dem anderen Isotop abtrennen. Dafür gibt es die Zentrifugen. Sie schnell drehen und dann das Schwere rausschleudern. Und dann reichert man das an auf 3 Prozent. Und das heißt, dann kann man eine Kettenspaltung aufrechterhalten. Und wenn man eine Atombombe machen möchte, braucht man auf, kommt nur darauf an, man kann schon welche mit 50 Prozent Anreicherung bauen. Aber dann sind die sehr schmutzig und der Knall ist nicht ganz so effektiv. Die gewöhnlichen, also die amerikanischen, russischen Atombomben, da hat man das dann so bis 98 bis 100 Prozent angereichert. Und Plutonium entsteht aus Uran-238, in dem der sich halt ein Neutron einfängt und dadurch zu Plutonium wird. Und das ist dann auch wieder spaltbar. Die Ungraden sind spaltbar, die Graden nicht. Und dieses Plutonium entsteht immer, wenn Atomkraftwerke betrieben werden. So ist es. Das heißt, jedes Atomkraftwerk, wenn es friedlich Strom produziert, produziert parallel dazu in jedem Fall kriegerisches Plutonium. Und deswegen wollen die meisten Länder es ja. Also es gibt Länder, die haben gar nicht das Stromnetz, um die Energie zu verteilen. Beziehungsweise die haben selber so viel Öl und Gasvorräte, dass sie das gar nicht benötigen. Aber die wollen natürlich an die Atombombe. Man kommt nur über die friedliche Atomenergie günstig an die Atombombe. Sonst wäre das viel zu teuer. Das heißt, die Atomkraftwerke, die wir heute haben, sind auch notwendig, um ständig die Militärs mit Plutonium zu versorgen. Und der Strom ist letztendlich ein Abfallprodukt. So kann man es sagen, ja. Warum sagt das nie jemand? Ja, natürlich, weil man uns das ja verkauft als friedliche Energie, als gesunde, als Umweltschutz und so weiter. Da hängt ja eine Menge Propaganda dran. Ich weiß also, früher in den Schulen hatten wir ständig Ausstellungen, Du und das Atom und so weiter, Schule und Atom. Da wurde man den Kindern das schon mal schmackhaft gemacht. Auch damit sie später in der Atomindustrie arbeiten und die genügend qualifizierte Arbeitsplätze haben. Wenn man gegen Atomwaffen ist, müsste man sich dann von klassischen Kernkraftanlagen trennen? Wäre das nicht die Woraussetzung? Es sind zwei eineiige Zwillinge. Das eine lässt sich vom anderen nicht trennen. Wir haben es heute weltweit auch mit die Plie der Uranium zu tun. Abgereichertes Uran, ein sehr schweres Element, was so erstmal ungiftig eigentlich ist, wenn man es berührt. Wenn man es aber zu Waffen verbaut, da gibt es ja auch einen Film von Frieder Wagner. Frieder Wagner kommt im Film auch vor und ein solches Geschoss aufgrund seiner Schwere auf einen Panzer jagt. Dann entzündet sich das Material selber und es entstehen dann diese Nanopartikel, die sich über den ganzen Erdball verteilen und die eben hochtoxisch sind und auch strahlen. Es gibt ja für Strahlung, was man immer wieder auch sagen muss, was vielen nicht bekannt ist, Professor Lenkfelder sagt es im Film auch, es gibt keine Grenze, ab wo Radioaktivität ungefährlich ist. Es gibt keinen wirklichen Grenzwert. Der Grenzwert beginnt bei Null. Trotzdem werden die Grenzwerte ja ständig nach oben korrigiert. Auch nach Fukushima wurde der Grenzwert, wie stark etwas strahlen darf, auch Lebensmitteljahr, um das 4000-fache erhöht. Wie lange kann man das noch treiben, bis wirklich dem Dümmsten auffällt, dass die Kindersterblichkeit hochgeht, dass die Krebsrate nach oben geht? Wie lange kann man das machen? Das kann man ja nicht unendlich machen. Ja, ich meine, das ist der Sachzwang. Man kann das ja nicht zurückdrehen. Vor Tschernobyl hatten wir 0,3 Becquerel für ein Kilogramm Nahrung, danach 500. Nach Fukushima, obwohl das auf der anderen Seite der Erde ist, das Globus ist, wurden die Werte dann bis zu 1350 pro Kilogramm angehoben. Und wenn jetzt die Probleme, die wir dort im Reaktor 4 haben mit den Brennelementen, die große Katastrophe in Japan, die kommt ja erst noch, das ist ja noch lange nicht zu Ende. Wenn das passiert, will man auf 4000 Becquerel pro Kilogramm erhöhen, das wäre dann eine 13.000-fache Erhöhung. Seit Tschernobyl? Ja. Also das heißt, dass was vorher Atommüll war, der ein Bleisärgen entsorgt werden muss, das ist jetzt gesunde Nahrung, die man an uns verfüttert. Aber das ist ja noch nicht das Ende. Wir werden weitere Reaktorenfälle haben, auch in Europa. Das heißt, der Wert wird immer mehr steigen. Wie können Sie das sagen, dass wir weitere haben werden? Sie können ja nicht in die Zukunft gucken. In gewisser Hinsicht schon. Ich hatte Tschernobyl in Dutzenden Vorträgen vorausgesagt, Und dann hatten die mittelbayerische Nachrichten, der Bayerische Tag und so weiter, halbseitige Annoncen von der deutschen Wiederaufbereitungsanlagefirma annonciert, wo es dann hieß, mit Schreckensvision ungeheuren Ausmaßes konfrontierte Holgerstrom die Zuhörer über die angeblich zu erwartende Atomkatastrophe. Und das wurde genau an dem Tag veröffentlicht, als Tschernobyl hochging. Nur wir haben das dann ein paar Tage später erfahren. Ich weiß nicht, woher ich sowas weiß. Wahrscheinlich, weil ich so lange politisch verfolgt worden bin, dass ich auf Gefahr sehr allergisch reagiere. Und auch mit Fukushima war mir das klar, dass das passieren würde. Es werden sich weitere Unfälle ereignen. Und zwar immer mehr und immer schneller. Ganz einfach, weil wir immer mehr Atomkraftwerke bekommen. Und die auch sehr alt sind inzwischen. So ist es. Das sind die eigentlich O-Timer. Die Strahlung schießt aus der Kristallstruktur der Metalle die einzelnen Atome heraus. Und dadurch wird das brüchig. Das Metall löst sich auf. Das heißt, der Reaktor wird von innen zerlegt. So ist es. Und das haben wir natürlich eine ganz gefährliche Situation. Weil dann Unfälle in jeder Hinsicht, die überhaupt nicht vorstellbar sind, stattfinden können. Trotzdem bekommen diese Anlagen, und das wird in Ihrem Film ja auch gezeigt, immer wieder den TÜV. Sie sind dann technisch überprüft und sicher. Wie geht das? Die sind nicht sicher. Man erkauft sich das. Der TÜV lebt ja davon. Der ist ja ein Teil der Atomindustrie. Das wird alles über Geld geregelt. Wenn ich Gutachten wünsche, dann zahle ich dafür und sage denen, was ich wünsche. Denn sonst, warum soll ich etwas zahlen, was negativ für mich ist? Das heißt also, ich zahle mir den Persilschein und bekomme, dass das völlig harmlos ist. So funktioniert das nun mal. Herr Strom, was auffällt, immer wenn es zu einem Unfall kam oder sogar zu einem Super-GAU kam oder zu einem Einheitser-GAU ist ja eigentlich der größte anzunehmende Unfall. Super-GAU ist ja eigentlich eine Verdoppelung des Größten. Aber immer wenn es zu so einem Unfall kommt, dann gibt es ja erstmal eine Nachrichtensperre. Wir erfahren davon sehr viel später oder gar nicht. Da sind wir in Krümmel. Wie sieht das aus, wenn in Deutschland ein Reaktor nicht funktioniert, wenn er brennt zum Beispiel? Dann wird ja jahrelang später noch bestritten, dass das überhaupt stattgefunden hat. Dann plötzlich, Jahre später, kann man in der Statistik sehen, dass es sehr viel höhere Krebsrate bei Kindern gibt, hohe Kindersterblichkeit. Und dann räumt man ein, dass da wohl etwas vorgefallen sein muss. Wie kann das eigentlich sein, dass so etwas, was im Grunde ja nicht zu verheimlichen ist, weil man es wirklich an Menschen sehen kann, weil man es in den Kliniken sehen kann, weil man es in den Statistiken sehen kann, dass dann immer eine Nachrichtensperre herrscht. Was ist da der Status quo, wenn in Deutschland ein Atomkraftwerk, wenn es zur Kernschmelze käme, würden die Nachrichten damit aufmachen? Was ist da der Status quo? Gibt es da eine Regelung? Also wir haben ja unsere Erfahrungen in Tschernobyl und Fukushima. Da wird bis heute gelogen. Es wird praktisch nur gelogen. Und bei uns wurde bisher auch nur gelogen. Wir haben uns zwar nach Fukushima aufgeregt, dass die japanischen Zeitungen darüber nicht geschrieben haben, aber jetzt schreiben die deutschen Medien auch nichts. Die sind nicht eindeutig besser. Das heißt, wenn sich so ein Unfall ereignen würde, würde man natürlich nicht informiert, weil man kann dann eh nichts mehr machen. Ich meine zum Beispiel Krümmel. Das hat 1300 Megawatt Leistung. Das heißt, in einem Jahr wird dort die Radioaktivität von ungefähr 1300 Hiroshima-Bomben erzeugt. Nach sechs Jahren wären das also fast das Zehntausendfache. Und diese Radioaktivität wird nicht wie bei einer Atombomben-Explosion nach oben gedrückt und verteilt sich dann gleichmäßig, sondern sie kommt heraus, steigt 40, 50, 100 Meter auf, kommt drauf an, wie heiß das ist. Dann erkaltet sie und wird von dem Wind als absolut tödliche Wolke vor sich her getrieben. Und das sind die leicht flüchtigen, gasförmigen Teile, aber auch die festen Teile, die verdampft sind. Ja. Und dann ist es von dem Wind abhängig, ist davon abhängig, ob es regnet. Dann werden die Teile ausgewaschen und diese ganze Gegend wird verseucht. Den Menschen kann man eh nicht helfen. Wie will man die evakuieren? Ich meine, in Deutschland leben über 80 Millionen Menschen auf einer kleinen Fläche. Das heißt, jeweils nach Windrichtung wäre eine Fläche Deutschlands davon betroffen. Wohin mit den Menschen? Das heißt, wir sind ja im Grunde, wir sind ja anders als in der Ukraine zum Beispiel, aber ähnlich wie in Japan, wir sind ja praktisch ein großer Ballungsraum. Es sind alles Ballungsräume. Es ist die Bevölkerungsdichte zehnmal höher als in der Ukraine oder Weißrussland. Das heißt, aber wenn man da zum Beispiel zwei Millionen Menschen aus Hamburg und mit Umland dann vielleicht drei Millionen evakuieren müsste, erst mal dauert das zu lange, da ist die Wolke ja schon längst da. Das heißt, dann fangen die Leute selber an zu strahlen. Ich meine, das Kalzium in den Knochen, das Eisen im Blut, das fängt alles an zu strahlen. Man fängt ja selber dann an. Das heißt, die dürfen gar nicht mehr rausgelassen werden. Wir hatten also mal im Zusammenhang mit Friedlich in die Katastrophe im Jahre 1981, als das bei 2001 rauskam, da hatten wir in allen deutschen Zeitungen, dies hier ist aus dem Stern, aber wir hatten ja auch die Zeit, Spiegel, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau. Da steht dann drin, hier zum Beispiel, ganzseitige Annonce, Herr Apel, der war damals Bundesverteidigungsminister, Sonst erfahren wir ja immer, wie die Bundeswehrmanöver ausgegangen sind. Im neuen Buch Friedlich in die Katastrophe lesen wir nun von Manövern, bei denen es um Atomkatastrophen geht. Da habe der Nord-Ostsee-Kanal als Grenze gedient, hinter der radioaktiv verstrahlte Männer, Frauen und Kinder zurückgehalten werden müssten. Über die Brücken kämen keine Menschen, da stünden Panzer mit Schießbefehl. Haben Sie uns deswegen nichts von Manövern gesagt, weil es da keine Gewinner geben konnte? Sagen Sie nichts, Sie wüssten von nichts. Das Buch liegt Ihnen vor. Denn wir haben damals 3000 Bücher per Einschreiben an alle Abgeordneten, alle Minister, alle, die in diesem Lande was zu sagen haben, geschickt. Gab es da Feedback? Nein. Nur von Herrn Genscher, der war ja damals Bundesinnenminister. Was hat er denn gemacht? Hat er ihn zurückgeschrieben, hat er Sie angerufen? Ja, es war, er war gleichzeitig Präsident des Atomforums, also wo er sich ja mit dem Eintritt in diesen Verein verpflichtet hat, die Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern, aber als Innenminister nun höchste Aufsichtsbehörde für die Reaktorsicherheit. Das beißt sich. Ja, und da haben wir ihm gesagt, wie er das auf die Reihe kriegt. Und daraufhin hat er uns zurückgeschrieben, er hätte seine Mitgliedschaft im Atomforum ruhen lassen bis Ende der Legislaturperiode. Ob er das im Kopf nun auch ruhen lässt, das haben wir eben bezweifelt. Ich möchte nochmal auf das kommen, was Sie gerade gesagt haben. Im Fall X, wenn es zu einem GAU käme, wenn es zu Massenpanik käme und auch zu einem Massensterben zwangsläufig, weil man könnte diesen ganzen Menschen gar nicht helfen. Ich meine, nehmen wir mal an, Knochenmarktransplantationen, es kann ja nur von Leuten stattfinden, die untereinander verwandt sind, die aber vielleicht auch verseucht sind. Es gibt auch gar nicht so viele Ärzte, es gibt nicht so viele Mullbinden. Das alles lässt sich in der Kürze der Zeit gar nicht zu den Personen schaffen. Das heißt, man würde davon ausgehen, dass die Menschen einfach in den nächsten Wochen dahin vegetieren und dann sterben würden. Wie würde die Bundeswehr das verhindern? Gibt es da eine konkrete Ansage? Dass sie nicht gehen, dass sie sagen, wir müssen nach München, wenn es jetzt hier passiert ist, wir müssen nach Österreich, wir wollen weg ans Meer. Was würde die Bundeswehr tun? Ja, bei diesen Manövern hat man einen Ring gezogen praktisch in Windrichtung und man versucht, die Leute zu verhindern, dass die rauskommen, weil die strahlen ja. Die würden andere zusätzlich bestrahlen und man kann ihnen eh nicht helfen. Wenn ich radioaktiv verseucht bin, stark verseucht bin, dann fault von innen alles weg. Die Haut löst sich vom Körper, das heißt, es ist rote Fleisch, das wird dann mit Geschmüren übersät, mit Eiterpusteln und das ist alles furchtbar schmerzhaft. Innen der Rachen, die Luftröhre, die Speiseröhre, das löst sich alles auf und entzündet sich. Der Darm löst sich auf. Wir kennen diese Bilder ja aus Hiroshima und Nagasaki. Ja. Wochen später, wo dann die Menschen praktisch ja zerfallen quasi unter großen Schmerzen. Das heißt, der Staat würde das, was von Staat noch übrig ist und die relativ gesunden Menschen dadurch schützen, indem er die Kranken daran hindert zu flüchten, weil sie den Rest verseuchen würden. Ja. Das erfahren wir ja auch nicht. Das wird ja auch nicht offiziell. Es bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig. Aber ich bezweifle, ob das funktioniert. Denn wenn im Fall des Falles wird jeder versuchen, möglichst schnell wegzukommen und Reis auszunehmen. Wahrscheinlich auch die Bundeswehrsoldaten, wenn sie klug sind. Also da wäre gut, wenn man ein Motorrad hat, ein kleines, damit man alle möglichen Hindernisse überwinden kann und dann versucht, so schnell wie möglich wegzukommen. Die Bundesregierung rät dann ja immer im Fall eines Unfalls, man sollte sich im Keller verkriechen und abwarten. Ja, viele dieser Gase sind schwerer als Luft. Die gehen dann nach unten und dann brauchen die Leute nicht mehr so lange zu leiden. Denn es gibt da eigentlich nur eine Möglichkeit, möglichst schnell raus. Denn eine medizinische Behandlung ist nicht möglich. Die ist möglich, wenn man wirklich einzelne Fälle hat. Wir kennen den Fall McCluskey. Das war ein amerikanischer Atomarbeiter. Der ist durch Amerizium, also eine Substanz, nicht 1200, die im Reaktor entstehen und dann vielleicht frei werden, ist der verseucht worden. Und den hat man dann in ein tonnenschweres Bleibett gelegt, in einem Spezialraum, wo seine Atemluft nicht gefiltert werden musste. Und dann hat ihn ein halbes Dutzend Ärzte ein Fallout-Kostüm, die durch Bleiglass Sichtvisiere geschaut haben, mit Stahlarmen operiert. Und danach musste er noch ein halbes Jahr in dem Raum bleiben. Wie gesagt, die Atemluft musste gefiltert werden. Seine Fäkalien gingen per Fließband raus, mussten dann entsorgt werden und die Nahrung ging dann auch per Fließband wieder rein. Wir haben nicht ein einziges Krankenhausbett dieser Art in Deutschland. Das ist also völlig unmöglich. Und man kann bei Einzelfällen kann man dann auch Gelatbildner verabreichen. Das sind Chemikalien, die dann hier diese 1200 Substanzen oder die, die im Körper drin sind, bilden sollen, damit man die ausscheidet. Das ist alles so ein hoher Aufwand mit so vielen Ärzten, die da zur Verfügung stehen müssen. Das ist nicht machbar. Überhaupt nicht. Weil Sie von Soldaten in der Bundeswehr gesprochen haben. Soldaten sind ja nicht resistent gegen Radioaktivität. In Tschernobyl hat man diese Menschen, das waren ja auch Soldaten, gezwungen, die groben Aufräumarbeiten in Tschernobyl zu leisten. Die hatten sich dann Liquidatoren, das war ein Todesurteil. Zwischen 6.000 und 800.000 Menschen sind damals ja vom Staat gezwungen worden, in den Tod aufzuräumen. Das kann man in Deutschland ja nicht machen. Wir haben ja nur 200.000 in der Bundeswehr, da fängt es ja schon an. Aber ich glaube auch nicht, dass wir hier genügend Menschen finden würden, die freiwillig das tun würden. Nicht, aber da ist ja keine Freiwilligkeit in Russland gewesen. Die sind erschossen worden, wenn sie sich geweigert haben. Was ist denn im Moment der Status Quo in Tschernobyl? Ja, die Strahlung ist draußen. Man macht jetzt ja einen großen Behälter drumherum, das ist alles Show, damit die Bauindustrie gut verdient und die Deutschen zahlen dürfen. Das ist Blödsinn. Das Zeug ist draußen. Es ist verteilt worden. Und da muss ich aber sagen, Tschernobyl war ein Militärreaktor. Und zwar folgendes. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass es Uran 235 und 38 gibt. Und dieses, wenn man nun Plutonium haben möchte, dann kann man die Brennelemente nicht länger als zwei oder drei Tage im Reaktor bleiben lassen. Denn sonst wird aus dem Plutonium 239, 240, 41, 42. Und wie gesagt, die Geraden lassen sich nicht spalten. Das sind ja Verunreinigungen. Und die voneinander zu trennen, ist schon sehr kompliziert. Also Uran 235 und 38 zu trennen, da sind mehrere Ordnungszahlen drin. Das geht noch. Aber 239 und 240 und 240 und 240. Je dichter es wird, desto schwieriger wird es. Ja, das ist praktisch unmöglich oder ein wahnsinniger Aufwand. Und deswegen hat man dort eine Spezialkonstruktion gehabt, dass man während des Betriebes die Brennelemente ständig austauschen konnte. Um möglichst reines Plutonium zu produzieren. Waffenplutonium zu kriegen, ja. Und so war also kaum Radioaktivität drin. Nur ein Bruchteil. Bei uns bleiben die Brennelemente sechs Jahre im Reaktor. Und sie werden mit viel höherem Abbrand gefahren. Das heißt, es ist tausendfache an Strahlung drin im Vergleich zu Tschernobyl. Das heißt, unsere Reaktoren sind quasi ein Destillat richtiger Radioaktivität. Da ist Tschernobyl ein Kindergeburtstag. Dagegen kann man das tun. So ist es, ja. Und trotzdem hat es so die Auswirkungen gehabt. Und keiner hat geglaubt, dass sich Radioaktivität auch so schnell über die ganze Welt verbreitet. Das war völlig neu. Das sind also gewisse Erkenntnisse. Aber es ist ja keine Konsequenzen rausgezogen worden, außer, dass man der Bevölkerung beweisen wollte, dass man alles beherrscht. Man kann sogar nachher reinigen. Ja, und das hat ja auch Gorbatschow, der dafür gesorgt hat, auf Drängen des Westens. Nachher ist seine Frau an Krebs gestorben. Das ist ja auch die Sache. Wir bekommen immer mehr Krebs. Also ich habe kürzlich, als ich meinen Film in Vessenheim gezeigt habe, da waren die Überschriften in den französischen Zeitungen. 53 Prozent der Franzosen und 48 Prozent der Französinnen erkranken an Krebs. Wir wissen ja, wie Krebs entsteht, durch Radioaktivität. Unter anderem. Ja. 1968 haben 14 amerikanische Gesundheitsämter einen Report veröffentlicht, wo es hieß, die einzige Weg, um Krebs zu verringern, ist, indem Radioaktivität und gefährliche Chemikalien nicht mehr in die Umwelt gelangen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Der Mensch hat ja insgesamt, glaube ich, 3000 Atombomben bereits gezündet. Und diese Radioaktivität, die frei geworden ist, die klingt ja nur sehr langsam ab. Das übersteigt das menschliche Vorstellungsvermögen. Das sind ja immer gleich hunderte Millionen Jahre auf der Uhr oder Milliarden Jahre auf der Uhr. Warum erkennt der Mensch nicht, dass er sich mit einer Technik konfrontiert, der er nicht Herr werden kann, die einfach kosmische Dimensionen hat? Ich glaube, der Mensch ist ziemlich irre, ziemlich krank. Also sonst, wir sind die einzige Gattung, die sich selber ausrottet. Die anderen sind durch irgendwelche anderen Vorkommnisse, Meteoriteneinschlag oder irgendwelche Dinge ausgerottet worden, die sie nicht beeinflussen könnten. Wir erledigen das selber. Warum, weiß ich nicht. Und diese 1200 Produkte, die im Reaktor entstehen, da zerfallen einige... Die Isotope. Einmal aus der Wiederaufbreitungsanlage, nachdem man aus den Brennelementen das neu geschaffene Plutonium und das noch nicht verbrannte Uran herausgezogen hat, trennt man das dann. Und dann nimmt man das Uran 238 aus der Wiederaufbreitungsanlage. Oder wenn man das am Anfang erst mal erzeugt, aus den Uranärzen, dann trennt man das ja auch. Das Uran 235 und 38. Und dieses Abfallprodukt, praktisch der Atommüll, der wird verschossen. Und wenn er verschossen wird, dann explodiert er und verbrennt mit 4.000 bis 5.000 Grad Celsius und bildet dabei die ganz kleinen Nanopartikelchen, die ja überall reinmarschieren. Das wird mit dem Wind verbreitet, das geht aufs Getreide, aufs Wasser, überall hin. Das gelangt im Körper, das geht durch die Zellen durch, weil es ja so klein ist. Die Natur hat nie etwas entwickelt, um so etwas zu blocken, weil es ja ein menschliches Produkt ist, diese Nanopartikel. Das heißt auch die Mutter-Kind-Schranke, die Hirnschranke, all das wird durchschlagen. Ja. Wir marschieren da einfach durch. Mit welchen Folgen? Ja, dass natürlich deinem Körper nichts mehr geschützt ist. Die Zellen werden alle kaputt gemacht. Das heißt, man entwickelt Krebs. Das Erbgut wird geschädigt. Ja. Und es gibt einige Substanzen, von denen wir wissen, Erbgut ist ja noch was anderes. Aber Krebs und Leukämie, das Immunsystem, es wird ja alles geschädigt. Es ist ja nicht nur Krebs alleine. Es ist, also in jeder Vielfalt, der Stoffwechsel, alles wird dadurch beeinflusst, und zwar negativ. Und das heißt, die Menschen werden immer kränker. Viele immer mehr bekommen Krebs. Wir wissen ja, dass mit jedem Unfall dann die Belastung höher wird. Wir werden irgendwann alle Krebs bekommen. Vielleicht kann man bis dahin einige Krebsarten heilen, aber dann bekommt man dann die nächste Generation Krebs. Und viele dieser Leute, die ja verseucht worden sind in Tschernobyl, die hatten nicht einen Krebs, sie hatten Dutzende verschiedener. Und vielleicht kann man einen oder anderen, kann man vielleicht heilen, aber nicht alle, die man dann bekommt. In der DVD-Friedig in die Katastrophe kommt ja auch ein Pastor zu Wort, der sagt, wenn man sich anschaut, was Radioaktivität an Verbrechen begeht, also indem es zum Beispiel Erbgut schädigt, das ja immer weitergegeben wird, weitergegeben wird. Wenn man das sich in der Summe ansieht, dann werden alle anderen großen verbrechenden Menschen dagegen verblassen. Würden Sie das unterschreiben? Ja, nicht nur das. Martin Rees, der war der Präsident der Association for the Advancements of Science, also das ist die größte Wissenschaftsorganisation in den USA, die auch die Zeitschrift Science rausbringt. Heute ist er die für die Royal Society, also die englische Wissenschaftsorganisation. Und der hatte bereits Anfang 2000 gesagt, dass wir dabei sind, uns auszurotten. Dann folgten Dutzende Nobelpreisträger in Nature mit Paul Krutzen, die gesagt haben, wir haben den Punkt of No Return erreicht. Die Hälfte des Planktons ist verschwunden, der Korallenbänke. Wir sind dabei, uns zu zerstören. Die ganzen Meere sind voller Plastik. Wir machen Nanotechnologie im Verbund mit Genmanipulation, also dass die sich selber erzeugen. Und wir produzieren bakteriologische, chemische Waffen. Wir produzieren Saatgut. Auf allen Gebieten sind wir am Segen von allen Ästen, auf denen wir sitzen. Und dann hat das Bulletin of the Atomic Scientists 2008 eine Sondernummer rausgebracht, fünf Minuten vor Mitternacht, wo sie gesagt haben, mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit werden wir uns bis zum Jahre 2100 ausgerottet haben, bis auf den letzten Menschen. Das sind unsere Urenkel. Und es wurde natürlich in deutschen Medien in keiner Weise darüber geschrieben, dass nun die höchsten wissenschaftlichen Organe, das muss man sich mal vorstellen, wenn die schon solche Warnungen von sich geben, und das wird alles totgeschwiegen. Dass wir es heute durch die Bank mit Leuten zu tun haben, die zwar gegen Atomkraft sind, aber noch mehr gegen Leute, die sehr gegen Atomkraft sind, wie Sie zum Beispiel, die die Dinge knallhart aussprechen, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass wieder die Wissenschaftler nach Hiroshima und Nagasaki versucht haben, mit der friedlichen Nutzung quasi eine Art Wiedergutmachung bei sich selber zu erreichen. Ist das in diesem Zusammenhang zu sehen? Ich meine, Einstein und andere, die haben ja ganz deutlich gesagt, dass das das größte Verbrechen war, zu dem der Menschheit fähig ist. An dem Sie ja mitgebirgt haben. Ja, das haben Sie ja selbstkritisch gesehen. Haben Sie das? Ja, Einstein hat danach ja mit 28 Nobelpreisträgern das Bulletin of the Atomic Scientist gegründet, um vor den atomaren Gefahren zu warnen. Die hatten schlechtes Gewissen, ohne weiteres, aber dem Militär war das egal. Die denken nur an Machtkategorien, wenn die Menschheit dabei drauf geht. Das interessiert sie nicht. Die sind krank, genau wie die Politiker. Die meisten Politiker sind psychisch krank. Es gibt Piero Roccini, das war der römische Chefanalyst des Parlaments und des Senats, also der Mensch, der die ganzen Politiker behandelt hat und Psychotherapien mit denen gemacht hat, der hat nach seiner Pensionierung ein Buch geschrieben, Neurose der Macht, wo er darin beschrieben hat, dass über 50% der Politiker schwer geisteskrank sind. Sie sind schwer narzisstisch. Sie kennen nur sich. Sie wollen im Glanz der Scheinwerferlicht stehen. Sie wollen wichtig sein. Sie wollen viel Geld haben. Sie wollen Macht haben. Das Volk und andere Menschen sind ihnen völlig egal. Sie haben keine Empathie. Sie können sich nicht hineinfühlen in die anderen Menschen. Sie sind psychisch schwer gestört. Und er hat gesagt, diese Menschen sind die, die am allerwenigsten geeignet sind, um eine Nation zu führen. Wir sehen das an Berlusconi, so ein typisches Beispiel. Aber auch bei uns sind die Politiker gleicher Art. Denken das nur um Macht. Die haben keine Ideale. Wir sehen ja, heute gibt es ja gar nicht mehr rechts und links. Jeder klaut von jedem. Jeder will koalitionsfähig sein. Und jetzt schmeißt die Linke ihre Ideale über Bord, damit sie mit an die Macht kommt, mitregieren kann, das heißt mit an die Schmiergelder kommt. Darum geht es. Kissinger, der ehemalige Außenminister in den USA, der hatte mal gesagt, dass 90 Prozent seiner Mitpolitiker korrupt sind und sich für alles kaufen lassen. Und das hat er wohl auf den Punkt getroffen. Vielleicht sind es sogar noch mehr. Ich weiß es nicht. Weil Sie über Politiker reden. Ich weiß nicht, wann kam, wann wurde das Atomgesetz in der BRD beschlossen? Ich glaube, 58. damit die Deutschland überhaupt AKWs bauen durfte. Denn damit kann man ja eben auch Pluton herstellen. Wir, es ging nur um die Atomwaffe. Das war ganz, ich habe da, ich habe Dokumente, die jetzt streng geheim sind, aus dieser Zeit, die das genau aufzeigen. Die sind aber jetzt deklassifiziert worden. Deswegen darf ich darüber reden. Aber es ging nur um die Atombombe. Deswegen. 58 gab es im Deutschen Parlament, glaube ich, nur einen naturwissenschaftlichen Professor, der gegen die AKWs gestimmt hat. Sie kennen den Namen sicherlich besser, ich habe ihn verdrängt. Und der wurde ja damals vom Rest verhöhnt, also einer gegen den Rest. Wenn man sich anschaut, vor was der Mann damals gewarnt hat, der hat ja in allen Punkten Recht behalten. Wurde der rehabilitiert? Nein. Oder der hat die Wissenschaft daraus gelernt? Das war Professor Dr. Dr. Karl Bechert, der auch Universitätsrektor war und gleichzeitig Vorsitzender des Atomausschusses im Bundestag. Wurde ihm nicht nahegelegt, dann auch das Amt ruhen zu lassen, also nicht mehr Lehrtätigkeit? Nein, das nicht. Aber man hat sich über ihn lächerlich gemacht und ich habe ihm meinem friedlichen in die Katastrophe in die Katastrophe in der ersten Auflage gewidmet, weil er der Einzige war, der aufrecht war. Natürlich hat er Recht. Er war ja auch der Einzige, der wirklich Ahnung davon hatte. Er war ja Atomphysiker, nicht? Deutschland ist offiziell aus der Atomenergie ausgestiegen. Sie sagen, Sie glauben nicht daran, aber Deutschland produziert ja Atomtechnik und exportiert sie. Atomtechnik ist der Exportschlager der BRD. Können Sie das mal aufdröseln? Ja, erst mal, wir haben noch neun Reaktoren, die im Betrieb sind und das sind die größeren. Wie alt sind die denn im Schnitt? Oh, das ist unterschiedlich. Aber das sind die neueren, die angeblich, die nicht ganz so gefährlich sind. Wohl man das, die sind alle gefährlich. Einige, die nur wirklich, wirklich marode sind und zu gefährlich, die hat man stillgelegt. Vorläufig, muss ich dazu sagen. Die anderen laufen ja noch, wir sind überhaupt nicht ausgestiegen. Und es werden auch noch von den Reaktoren, die stillgelegt werden, welche in Reserve gehalten. Also gewartet, damit sie wieder angefahren werden können, falls irgendwelche, ja, Strombedarf da ist, dann nicht gedeckt werden kann. Was passiert denn mit einem Reaktor, der heruntergefahren wurde? Strahlt der auch noch? Ist der irgendein Grundbetrieb? Wie müssen Sie das vorstellen? Ja, ich meine, das gefährliche daran sind die Brennelemente. Das sind also vier Meter lange, daumendicke Stangen aus Zirka-Loi. Das ist ein Spezialmetall, was eigentlich viel Hitze abkann. Und die werden in Elementen, Brennelementen angeordnet. Das heißt, da hat man noch 480 oder was nebeneinander. In der Fixtur sind die alle. Da ist ein bisschen Platz dazwischen, damit das Kühlwasser immer dazwischen laufen kann. Dass man so durch die Wasserbecken durchsehen kann, macht man auch Fotos. Ja, und wenn die abgebrannt sind, dann müssen die unter Wasser aus dem Reaktor rausgehoben werden und in ein Abklingbecken, das ist ein großes Swimmingpool, reingebracht werden. Die kann man nicht einfach so an die Luft bringen, die müssen nämlich immer gekühlt werden. So wie keine Kühlung mehr da ist, fangen die an zu verschmelzen. Das heißt, sie heizen sich auf durch die Strahlung und dann fängt dieses Zirka-Loi an zu schmelzen und zu brennen. Das ist nämlich brennbar. Das ist das Gefährliche dabei. Und dann entstehen auch Wasserstoff-Explosionen. Das heißt, weil das Wasser zerstrahlt wird, in Wasserstoff und Sauerstoff, bildet sich Knallgas und dann rumpst es richtig. Und dann fängt das Zirka-Loi an zu brennen und auch zu explodieren. Und dann mit den vielen Chemikalien, die ja und Substanzen, die Isotope, die drin sind, bildet sich spontan Sprengstoff und das Ganze kann in die Luft fliegen. Das heißt, es muss immer ständig gekühlt, gekühlt, gekühlt werden. Wenn da jemand mit der Panzerfaust vorbeikommt, immer reinhält und dann ist das Ding hinüber, dann kann man ja auch beim Atomkraftwerk machen, dann kann uns nichts mehr retten. Das heißt, wenn jemand mit einer modernen Panzerfaust, mit einer hohen Schlagkraft und depleted Uranium ausgestattet, die durch drei Meter Betonwände geht, ist so ein Atomkraftwerk eigentlich ein ideales Terrorziel. Ja, ich meine, die kommen noch mit viel weiter durch. Die sind ja gebaut worden, damit sie bis zum zwölften Stockwerk im Iran durchschlagen und dort die Urananreicherungslagen anhauen. Also schon mit einer gewöhnlichen Panzerfaust durchschlägt man Meterdicke Betonwände und Stahlwände. Aber kann man AKWs dann eigentlich schützen? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe von Anfang an davor gewarnt. Ich habe ja also 1974 vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages, bin ich ja gehört worden als Experte, da habe ich schon davor gewarnt und habe gesagt, ihr seid wahnsinnig. Und ich habe auch von dem amerikanischen Senat, im gleichen Sabotage, Terrorismus. Wir wissen also, Terrorismus, die Amerikaner, das General Accounting Office, was sowas wie das Bundesrechnungshof bei uns ist, nur mit viel mehr Kompetenzen, die haben Sabotagetops zusammengestellt und haben gesagt, hier, ihr sechs Leute, ihr geht jetzt mal in den Reaktor rein und in den und den und bringt uns irgendwas mit raus, damit ihr den Beweis habt, dass ihr da drin wart. Also mal sehen, wie weit ihr kommt. Ja. Und? Hatten alle Erfolg. Die kamen da mit irgendwelchen Beweisstücken zurück. Wie sie reingekommen sind, haben sie nicht gesagt, aber wahrscheinlich als Mitarbeiter verkleidet oder ich weiß nicht wie. Und Greenpeace macht sich ja hin und wieder mal einen Spaß und stirbt mal einen Reaktor mit Leitern über den Zaun. Das hat ja auch immer geklappt. Und nun, wenn ich da zum Tode entschlossene Terroristen habe, ja, wie will ich die zurückhalten? Mit Raketen, Panzer, Fäusten, ich brauche nur auf der Elbe mit dem Schnellboot und bumm, bumm, reinhalten, vielleicht gleich mehrfach. Ja, das war's dann. Goodbye Germany. Lassen Sie uns ein paar Worte über die Reaktortypen verlieren. Was sind denn das für Reaktortypen, die weltweit in Lizenz verbaut werden? Das sind Siedelwasserreaktoren und Druckwasserreaktoren. Die einen werden von General Electric und die anderen von Westinghouse vermarktet. Also zwar amerikanische Formen? Ja. Gibt es auch deutsche Reaktoren? Ja, wir hatten den Hochtemperaturreaktor. Hat sich der nicht durchgesetzt? Na, da hat man nicht Brennstoffelemente, sondern Kugeln. Ja. Aber der ist nicht so effizient? Ja, das war ein Hamm. Da hatten wir einen Reaktor und da ist uns irgendwas um die Ohren geflogen. Also gleich beim Anfang, nach acht Tagen. und dann hat man fast gestellt, dass man da gar nicht mehr rankommt. Man konnte gar nichts mehr machen. Dann hat man das Ding schnell abgestellt, das ist nie wieder in Betrieb gegangen. Das war dann auch versorgt, weil er ja schon in Betrieb war. Und man konnte nichts mehr machen. Das ist ja jetzt wie in Fukushima. Da kann man auch nichts mehr machen. Wir glauben immer, dass wir jetzt, Fukushima wäre längst abgeschlossen. Ist es nicht. Eines der Hauptprobleme, das sind ja mehrere, das sind ja vier Reaktoren, ist in Reaktor vier, dort ist das Abklingbecken, also dieses große Schwimmbecken, ist im zweiten Stock. Und dort lagern über 5000 abgebrannte Brennelemente drin. Also hochradioaktives Material. Hochradioaktiv, die gesammelten Bestände sozusagen, in diesem riesigen Becken. Und das hat Risse bekommen. Und nun läuft das Kühlwasser raus. Und dadurch hat es ein teilweise Chorverschmelzen gegeben. Das heißt, da hat sich aufgeheizt, wurde flüssig das Metall und ist dann wieder erstarrt, weil sie mit Wasserwerfern dort Wasser draufwerfen. Aber das Wasser dringt dann immer wieder aus den gleichen Rissen raus. Und weil sie das seit zweieinhalb Jahren machen, hat sich der Boden aufgelöst. Dieses riesige Gebäude schwimmt praktisch auf Wasser. Auf Schwemmsandwasser. Und dadurch hat sich da, das ist Brennelement, Lagerbecken gesenkt auf der einen Seite. Hutscht dann das durch die Gegend? Ja, es geht runter. Es wird schräge und ist über einen Meter schon abgesackt auf der einen Seite. Und dadurch kommen ungeheure Spannungen in das Fundament rein. In die Betonpfeiler, die auch schon beschädigt wurden durch Wasserstoff-Explosionen. Das Ganze wird so marode und die wird ja auch zerstrahlt. Da hat man gesagt, wir müssen die Brennelemente rausholen. Richtig. Aber wie? Wenn man mit dem Kran rangeht, dann hat man das obere Drittel am Haken hängen. Außerdem kann man nicht mit denen raus aus dem Wasser. Weil dann ist die Strahlung so hoch, dass man sofort stirbt. Man muss das also vollautomatisch ferngesteuert machen. Nun ist aber da alles defekt und kaputt schon. Und man kann keine Leute ranschicken. Die würden also eine halbe Stunde, dann wären die tot am Becken. Man müsste also dort unter Wasser diese Brennelemente in Kastorenbehältern schieben. Das geht aber alles nicht. Und es geht alles nicht. Und nun muss man nur darauf warten, bis das nächste kleine Erdbeben kommt oder eine Explosion und das Ding geht kaputt. Dann strömt das Restwasser aus. Die Behälter, die Brennelemente werden sich aufheizen auf, was weiß ich, 2000 Grad. Da fängt das Zirkonium an zu brennen. Dann kommen atomare Explosionen. Weil dort ist jede Menge Plutonium drin. Durch kleine Explosionen keine große. Ich meine, da sind Tonnen drin. Und für eine gewöhnliche Bombe gibt es sechs Kilo. Es gibt noch kleinere. Aber wenn man Tonnen am Plutonium hat, die durch Explosionen zusammengedrückt werden, das gibt einen gewaltigen Knall. Eine gewaltige Atombomben-Explosion. Und dann ist nichts mehr da. Ja, aber selbst wenn es die atomaren Explosionen nicht mehr kommt, wenn das Zeug rauskommt, und es kommt ja ständig raus, es wird ja rausgespült aus den Rissen in das Meer rein und die Leute essen noch Thunfisch und machen dann noch Surfwettbewerbe vor der Küste. Soll man ja auch eine Olympiade in Tokio machen. Alles Wahnsinn. Und da ist schon so vorausgekommen, dass die japanische Regierung ja schon erwogen hat, Tokio zu evakuieren. Aber wohin mit 30 Millionen Menschen? Und dort schlägt das industrielle Erz Japans. Dann sind die erledigt. Dass Tokio ja Glück hatte, dass während der Katastrophe 2011 der Wind so stand, dass eben das meiste aufs Meer hinaus ist. Fast immer ja. Aber wenn das jetzt passiert, also diese Brennelemente, die 5000, wenn die außer Kontrolle geraten, und das heizt sich ja auf, dann gehen die ganzen Gasförmigen, die halbflüchtigen Teile, die werden dann rausgeschleudert aus dem Reaktor. Können Sie mal ein Verhältnis darstellen? Fukushima zu Tschernobyl. Was ist da das Strahlenpotenzial bei Tschernobyl gewesen? Was haben wir in Fukushima? Das ist das 12.000-fache. Das 12.000-fache? In Fukushima, ja. Und das ist ja aber noch nicht alles draußen, sondern das ist, es schlummert da noch. Ja, vor allen Dingen in diesem einen Abklingbecken. Wir haben ja Explosionen gehabt in den anderen Reaktoren und Kernverschmelzen. Dadurch ist viel frei geworden. Aus diesen Abklingbecken, wo nun das, was weiß ich, 95 Prozent oder mehr der gesamten Potenzial ist, das ist ja noch nicht außer Kontrolle geraten. Es ist dicht dran. Und es hat auch teilweise Chorverschmelzen gegeben, aber da war ja immer noch Wasser drüber, dass das also nicht außer Kontrolle geriet. Wenn das geschieht, ist Japan erledigt. Zumindest große Teile davon. Dass Fukushima bei uns kein solches Thema ist, hat auch damit zu tun, dass es nicht in, sage ich mal, unmittelbarer Nähe liegt, wie zum Beispiel die Ukraine und Tschernobyl. Trotzdem, wenn man sich anschaut, 12.000-fache Potenzial an Verseuchung, das muss man doch in Deutschland auch spüren. Ja, die EU-Kommission hat ja schon die Gesetze in der Tasche, nicht? Also, wenn das passiert, dann wird bei uns die Kilogramm Nahrung auf 4.000 Becquerel angehoben. Das wird auf uns große Auswirkungen haben. Die Krebsziffern werden dann auch bei uns sich verdoppeln. Also, das ist völlig klar. Was ich interessant finde... Das Schlimme ist, man kann nichts machen. Man kann es nicht kontaminieren. Gar nichts. Was ich interessant finde, obwohl interessant, glaube ich, das falsche Wort ist, die Atomenergie oder die Atomlobby, Atomwirtschaft hat es ja geschafft, Gewinne zu privatisieren und alles, was mit Folgekosten zu tun hat, unter anderem die Entsorgung von dem Atommüll, das ist alles an den Staat abgewälzt worden. Auch kein einziges Atomkraftwerk ist versichert. Weil es keine Versicherung gibt, die sagt, das können wir versichern. Wie ist das möglich? Die Castor-Behälter haben Dichtung, weil die müssen ja geschlossen werden und geöffnet werden und da sind dann Gummidichtung, Plastikdichtung, die sind innerhalb von einem Jahrzehnt zersetzt. Das heißt, offizielle Angabe, nach 500 Jahren soll das ja halten. Ja, der Behälter, aber die Dichtung nicht. Das ist das Problem. Das ist ein Behälter, dessen Dichtung kaputt ist, ist nicht ganz dicht. canfm.de